Vielleicht hast du dich schon einmal gefragt, was dieses Fastenbrechen oder Zuckerfest bedeutet oder du möchtest einfach nur ein Video darüber sehen. Ich zeige dir in diesem Video, wie die Muslime das Fastenbrechen feiern. Das Fastenbrechen gehört zum Ramadan. Ramadan ist der Fastenmonat für die Muslime. Laut alten Überlieferungen wurde in jener Zeit der Koran zu den Menschen herabgesandt. Ein Grund zu feiern. Ramadan, darüber kannst du hier ein Video finden. Einen Monat lang wird gemeinsam gefastet und am Ende des Ramadan feiern Muslime weltweit das Fastenbrechen, also das Ende des Fastens. Es ist einer der religiösen Höhepunkte im Jahr der Gläubigen. Das Fastenbrechen wird auch Ramadanfest genannt und dauert je nach Land und Region zwei bis drei Tage. Im türkischen wird es auch als Zuckerfest gefeiert, wegen den Süßigkeiten. Worum geht es bei diesem Fest? Gläubige bitten alle darum, ihre Gebete und Mühen während des Ramadans anzuerkennen und Fehler zu verzeihen. Und sie feiern natürlich auch, dass sie durchgehalten haben. Es gibt sehr viel zu essen, auch Süßigkeiten. Wie wird das Fastenbrechen oder Zuckerfest gefeiert? Am Morgen des ersten Festtages wird in der Moschee gebetet. Anschließend spenden viele Muslime für Bedürftige. Dann versenden sie Glückwünsche und besuchen Verwandte. Übrigens kann jeder mitfeiern. Er muss kein Muslim sein. Dabei wird viel gegessen. Gibt es schulfrei zum Zuckerfest? Für Schüler eine wichtige Frage. In islamisch geprägten Ländern sind während der Festtage Behörden und Geschäfte und natürlich auch Schulen geschlossen. In Deutschland haben muslimische Schülerinnen in fast allen Bundesländern am ersten Tag des Zuckerfestes frei, wenn sie möchten. Wann ist das Fastenbrechen oder Zuckerfest? Das ist jedes Jahr an einem anderen Tag, denn auch Ramadan ist immer an einem anderen Tag. Schau einfach im Ramadan-Kalender deiner Moschee nach, wann das Fastenbrechen in deiner Stadt stattfindet. Die offiziellen Termine für die kommenden Jahre siehst du hier. Du siehst auch, dass das Fastenbrechen immer ein paar Tage nach vorne rutscht. Die vier größten islamischen Religionsgemeinschaften in Deutschland, die haben sich auf eine rechnerische Bestimmung des Ramadanbeginns geeinigt und danach richtet sich eben auch das Fastenbrechen. Das Fastenbrechen ist ebenso wie der Ramadan jedes Jahr in einem anderen Termin. Du kannst auf Arabisch oder auf Türkisch deinen muslimischen Freunden viel Glück dafür wünschen. Dieses Video ist von Lernförderung.de und wenn es dir gefallen hat, dann gib uns doch ein Like, schreib etwas in die Kommentare und abonniere unseren Kanal. Und dann, wie wir uns so sehen, 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 wie wir uns so sehen. Du hast bist jetzt ein Blick nicht in die Kommentare und dabei, wenn es dir gefallen hat und dann Dann, wie ich mich jetzt noch ein, wie ich jetzt schon wieder anbelangt. Vielen Dank.